5, 5 Kilometer Eier sind kurz vorm Brüten. Wie weit ist dein 10 Kilometer Eier bei 4,9? Ich denke mal, gleich wenn wir in Bremen sind, müssten die wahrscheinlich alle schlüpfen. Ja, ich will es doch hoffen. Haben wir nicht einen Platz? Nö, offiziell nicht. Und damit ein herzliches Willkommen zum ersten richtigen Pokémon Go Video. Ihr seid jetzt gerade ein bisschen in die Folge reingeworfen worden. Ich habe einfach mal angefangen zu filmen. Ihr seht, es ist gerade mit meiner Kamera. Da habe ich bis jetzt leider es nicht hinbekommen, mein Handy mit Airshu aufzunehmen. Das ist noch eine andere App, womit man auch sein Handy aufnehmen kann. Normalerweise nehme ich sowas ja immer hier zu Hause mit meiner Elgato auf. Aber unterwegs ist das immer ein bisschen kompliziert. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr das so findet, ob das so in Ordnung ist. Und dieser Vlog ist übrigens einfach nur mal so ein kleiner erster wirklicher Pokémon Go Vlog. Deswegen bin ich wirklich auf euer Feedback gespannt und hoffe auch, da schreiben einige was in die Kommentare. Denn wie gesagt, ich habe jetzt gerade das erste Mal so wirklich richtig Pokémon Go gefilmt und auch gespielt. Ich wollte demnächst das Ganze auch mal so machen, dass ich vielleicht mal aufs Fahrrad gehe. Da habe ich mir jetzt extra eine Handyhalterung für bestellt und dann auch mal filme, wie ich so unterwegs bin. Okay, jetzt schlüpfen alle 5 Kilometer Eier. Ich mache jetzt nacheinander auf das erste Mal gucken, was da cooles rauskommt. Und, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Okay, das kenne ich auch nicht. Okay, im Pokédex registriert. Und das ist ein Magnetilo, Level 191, alles klar. Oh, nicht schlecht. Und das zweite Ei. Alter, krass, 5, 5 Kilometer Eier. So, okay, wow. Okay, Goldini hatten wir schon. Das hatte ich schon ein paar Mal gefangen, aber ist eigentlich auch nicht so schlecht. Kann man den ja immer mal upgraden. Upgraden? Upgraden, entwickeln meinst du. So, okay, komm, komm, komm. Was kriegen wir hier raus? Und es ist nichts. Es ist ein Nichts. Es scheint, ach doch, ja, okay, jetzt ist alles geladen. Ein Mankey, genau. Ein Mankey, alles klar, habe ich noch nicht gesehen. So, und das nächste Ei. Ich glaube, das ist jetzt das vierte. Und, okay, ja, das hatte ich auch schon mal gefangen. Also auch nicht so gut, aber ich kann es jetzt upgraden. Soll ich es mal entwickeln? Jetzt gerade? Nicht das, mach das, was am meisten WP hat. Ich habe, ach ja, stimmt, kann ich ja gleich mal gucken. Und, da kommt das letzte Ei. Mal sehen, können wir gleich noch das Quapsel entwickeln. Ich weiß gar nicht, ich weiß, was da rauskommt. Okay, das weiß ich nicht. Solange kein Pokémon mehr gespielt, ja. Das habe ich aber auch schon mal gefangen. Okay, das kann ich noch nicht. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe erst mal zehn Eier ausgebildet, beziehungsweise zehn Eier sind jetzt geschlüpft. Ein, fünf Eier. Ach, fünf, ja, aber zehn Eier als Medaille. So, Quaps, Level 161 hatte ich da gerade. Level 95. Entwickel dich, du kleine Fritz. Entwickel dich, du kleine Fritz. Ah, jetzt, jetzt, komm. Dadadam, dadadam. Und, 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 und? Ach, der hat Handschuhe anbekommen. Stark, 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 einfach nur 204 nachts. Quapuzzi, der ist, der ist aber ganz schön gut. Da gibt es ja noch eine dritte Entwicklung von. Aber, sehr schön. Malte hat jetzt eins ausgebildet, ich habe fünf ausgebildet. Und es geht jetzt mal weiter. Mein jetzt, fahr doch. Mein Gott, einfach rüber. Okay. Jetzt gerade waren wir, beziehungsweise werdet ihr gleich sehen, wir waren so in verschiedenen Stationen. Haben immer mal so ein bisschen angehalten. Ich habe ein bisschen gefilmt, wie wir gerade Pokémon gefangen haben. Ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Pokémon Go Video. Zwischendurch habe ich ein paar Live-Kommentare von mir. Aber auch, dass ich jetzt gleich noch mal ein bisschen was nachkommentiere. Also jetzt schon mal viel Spaß, Leute, mit dem Video. Team Rot ist übrigens mein Team. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, in welchem Team ihr so seid. Da habe ich auch gerade mal in die Arena geguckt, was da für coole Pokémon drin sind. Und ja, wir gucken jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum, suchen PokéStops und haben dann schon mal diesen krassen Spot hier entdeckt. Da sind schon mal, ich glaube, fünf Stück waren das an PokéStops geboostet. Und da mussten wir erst mal gucken, dass wir da irgendwie hinkommen und einen guten Spot finden, wo wir da schon wirklich uns hinsetzen können. Haben dann da unter Brücken Platz gefunden und haben uns da dann erst mal schön sneaky hingepflanzt. Und ich habe erst mal angefangen, ein paar Pokémon zu fangen. Wir beginnen hier mit einem Traumato und ja, Level 100, 37 und natürlich erst mal schön mit einem Curved Ball direkt im First Try. Mal gucken, fangen wir jetzt direkt? Ich weiß gerade nicht mehr so genau. Aber ich glaube, wir fangen jetzt direkt im First Try, weil Traumatos befreien sich ja nicht wirklich sehr oft. Und da haben wir es schon mal sehr schön gefangen. Ich glaube, Malte hat in der Zeit ein Ratzfratz weiterentwickelt. Malte ist immer übrigens der mit dem schwarzen Handy. Ich bin das weiße Handy. Und ja, Ratzfratz, ich glaube, er hat das Beste sogar genommen von der höchsten WP, was er gerade hatte. Ist natürlich das Wichtigste, was ihr machen könnt oder das Schlauste, was ihr machen könnt. Immer das mit der höchsten WP natürlich weiterentwickeln. Und das ist auch übrigens ein guter Tipp, um wirklich schnell zu leveln. Immer Pokémon upgraden, verkaufen oder verschenken natürlich die, die am wenigsten WP haben. Und da in dem Moment, beziehungsweise ein paar Minuten später, habe ich dann einen Pummeluff gefunden. Natürlich habe ich mich erst mal vertippt und auf den lieben Pokestoppe getippt. Aber danach erst mal hier sehr schön da kommen, dann kriegst du das Pummeluff. Da sehr schön, da habe ich das Pummeluff gekriegt. Und ich glaube, nee, da habe ich, glaube ich, keine Himbeere eingesetzt, weil es auch gerade mal in Anführungszeichen Level 93 ist. Aber natürlich erst mal zu Anfang sehr schön ein Pokéball verworfen. Aber ich glaube, hier mit dem zweiten müsste es dann auch direkt drin sein. Genau, drittes Mal. Und klack, da ist es drin. Sehr schön Pummeluff wurde gefangen. Klasse. Und ja, dann ging es natürlich immer weiter. Wir saßen dann wirklich eine relativ lange Zeit an dem Spot. Haben da immer mal wieder ein paar Pokémon gefangen. Ich fand da jetzt gerade ein Habituck Level 27. Kann man auch mal zwischendurch fangen. Ich bin der Meinung, es bringt eigentlich fast jedes Pokémon, das man fängt. Weil man durch das Fangen kann man halt mehr Bonbons von diesem Pokémon fangen. Und dann halt auch später die Pokémon besser upgraden. Ich glaube, Malte hat in der Zeit das gleiche Habituck gefangen oder noch irgendwas anderes Cooles. Genau, er hat das gleiche gefangen. Und er hat, glaube ich, auch gerade ein Glückseier aktiviert. Ich glaube, das habe ich etwas später auch noch mit reingeworfen. Und gleich haben wir dann nochmal einen wirklich echt dicken Brummer gefangen. Ich habe da jetzt schon direkt wieder ein zweites Habituck in der Nähe bei mir gehabt. Wenn das jetzt mal gleich fokussiert, wird das nochmal was? Nee, ich glaube, das wird heute nichts mehr, oder? Ja, komm, jetzt ist es auch wieder fokussiert. Level- oder beziehungsweise WP-475 war es, glaube ich, gerade. Das habe ich dann auch schon mal wieder sehr schön gefangen. Und gleich kommt die erste Reaktion, wo wir dann Shiggy gefangen haben. Und da haben wir das Ganze auch nochmal live kommentiert. Ich sage halt, ich höre kack, wenn du filmst. Hauptsache, eins, zwei, drei. Oh, zum Glück. Wow, lass es. Shiggy wurde gefallen. Um 1200 EP. Jetzt bin ich der Willacht. Die Panion. Da und, äh... Da ist es ausgewichen. Fächtig, was ist los? Ah, schöner Curved Ball. Eins, zwei. Oh, shit. Tja. Nein, nicht abhauen. Bitte, 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 mate. Hau ab, hau ab, komm schon. Komm, bitte, 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 bitte. Eins. Oh. Unglaublicher Kampf hier. Kaum ist so ein seltenes Pokémon hier. Ich treffe nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, er hat's gefangen. Dann ging es auch schon direkt hier weiter mit einem Nebulak, was bei uns an der Nähe war. Level 52, ich glaube, das hatte ich sogar noch gar nicht in meinem Pokédex. Deswegen haben wir es direkt auch schon mal gefilmt. Wir haben einige kleinere Pokémon, sowas wie Ratzfratz, wenn wir die gefangen haben. Oder auch Taubs, die haben wir erstmal ausgelassen. Aber so größere Pokémon oder seltenere Pokémon haben wir dann einfach mal ein bisschen gefilmt. Malte hat das Gleiche natürlich auch in der Zeit gefangen. Und dann ging es direkt weiter, dass ich einen Kleinstein gefunden habe. Auch sehr cool. Level 138 schon mal direkt hier mit einer Himbeere. Erstmal beworfen, damit das nicht so schnell wieder ausbricht. Weil ich glaube, so ein Kleinstein, das bricht etwas schneller mal aus. Aber ich hatte Glück hier. Ich glaube, in dem First Try habe ich es geschafft, das Kleinstein dann auch sehr schön hier zu fangen. Levelaufstieg, Level 11, nice. Hier werden einfach mal 5 Pokéstops geboostert. Und da ist ein Traumato in mir. So sieht es dann aus, wenn so viele Pokéstops geboostert werden. Gerade sind wir dann aber auch losgegangen, weil wir da schon wirklich, glaube ich, eine Stunde oder sowas saßen. Haben dann auf dem Rückweg hier ein Dragunier gefunden. Das wollten wir dann erstmal suchen. Haben es dann aber leider nicht gefunden. Sind dann natürlich erstmal essen gegangen. Und Malte hat in der Zeit, wo wir auf das Essen gewartet haben, natürlich erstmal wieder ein Shiggy bekommen. Ich natürlich nicht. Aber er hatte auch Rauch und Glücksei eingesetzt. Also von daher hatte er doch nochmal ein bisschen mehr Glück, dass er nochmal einen Shiggy gefangen hat. Und ja, natürlich echt cool für ihn. Ich habe es da nicht gefangen. Da hat sich dann sein Bildschirm aber leider aufgehangen. Aber er hat sich schlussendlich dann doch mit Level 40 gefangen. Und da seht ihr schon, da ist unser Essen gekommen. Und ja. So, ich will jetzt Tauboga zum Taubos upgraden. Ich habe dafür gerade genug Taubstiebonbons. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Ja. Nice. Oh oh. Oh oh. Nice. Aber den habe ich schon einmal. Den wollte gerade sein, den habe ich auch schon. Kleinstein. Aber 205. Wieviel braucht man davon? 25. Aber 205 ist schon ein gutes Level, muss ich sagen. Nice. Alles klar. Zweimal hintereinander, kleinen Stein. Ja, das war es dann jetzt auch mit dem ersten richtigen Pokémon Go Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da, wenn ihr weitere Videos davon sehen wollt. Und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ciao.